Mois rastet komplett aus wegen Farid Bang und betitelt ihn als Hu... Das ist sogar noch das Netteste, was er zu sagen hat. Außerdem will er Farids Ende bringen und droht ihm jetzt im Internet. Eine Antwort gibt es auch schon. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, so wie auf Instagram Rap Check. Schon lange geht es hier nicht mehr um einen Ehrstreit. Nachdem Mois herausfindet, wer alles hinter seiner Frau steckt und wer ihr den Rücken stärkt, greift er unglaublich viele Rapper ganz direkt an. Dabei bleibt es nicht, denn er packt alles aus, was er über diese Personen weiß. Und ab hier wird es ziemlich gefährlich, denn die meisten Rapper haben dafür kein Verständnis und greifen ihn selbstverständlich an. Doch weil angeblich hinter der Sperrung von Mois Farid Bang steckt, ist er nicht mehr zu bremsen. Er rastet komplett aus und hat mehrere Statements veröffentlicht. Übrigens einige Ausschnitte davon poste ich euch in der exklusiven WhatsApp-Gruppe. Link dazu gibt es wie immer auf Instagram oder in der Bio. Mois sagt nun folgendes über Farid Bang. Bei Allah, du n***er wirst sehen, wie dein Schicksal endet. Egal was du postest, egal welches Geld du hast, egal ob ich n***er sollte, dich n***er nehme ich mit. So hast du also deine Karriere aufgebaut und die anderen waren zu schwach und ich glaube, er will hier sagen, und hast du mundtot gemacht. Unglaublich viele kleine Statements hat Mois heute gepostet. Übrigens hat Farid Bang diese Antwort geliefert. Hier schaut es euch an. War es eine riesige Nummer auf YouTube. Jeder hat dich gefeiert in ganz Deutschland. Und jetzt hasst dich jeder. Du musst aus Deutschland abhauen, weil du Probleme hast. Viele verschiedene Leute wollen dich zusammenschlagen, wollen Gelder von dir. Das Finanzamt wartet auf Gelder von dir. Du hast Steuerschulden. Du wirst eigentlich, ist es für dich unmöglich, jemals hier geschäftlich wieder auf die Beine zu kommen. Außer nach einer Insolvenz.